Pferde wetten 23.08.2019 Moorwillumba-Australia-String-Theorie-Autor-D-Seltsamec-Kenn-C-YouTube Heute ist Freitag der 23.08.2019 und ich beabsichtige gleich im australischen Moorwillumba das dortige vierte Galopprennen des heutigen Tages über 2020 Meter und einem Preisgeld von 24.0 australische Cents 0 zu wetten, welches um 6.25 Uhr dann ist es dort Nachmittag, gestartet wird Hier die Daten der teilnehmenden Pferde Pferd Nummer 1 startet nicht eine 5-jährige Stute mit 60 Kilo Kurzform 51339 Das Pferd hat bisher 23 Starts, 5 Siege und 8 Plätze Pferd Nummer 2 Vorigast 32 eine 6-jährige Stute mit 60 Kilo Kurzform 11235 Das Pferd hat bisher 25 Starts und 5 Siege Pferd Nummer 3 Vorigast 181 ein 6-jähriger Wallach mit 58,5 Kilo Kurzform 1 18054 das Pferd hat bisher 33 Starts, 4 Siege und 6 Plätze und stammt aus Neuseeland Pferd Nummer 4 Vorigast 123 eine 6-jährige Stute mit 57,5 Kilo Kurzform 56781 das Pferd hat bisher 21 Starts, 4 Siege und 2 Plätze Pferd Nummer 5 Vorigast 239 ein 7-jähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform 8 7482 das Pferd hat bisher 27 Starts, 3 Siege und 5 Plätze Pferd Nummer 6 Vorigast 149 ein 6-jähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 04067 Das Pferd hat bisher 27 Starts, 4 Siege und 5 Plätze Pferd Nummer 7 Vorigast 31 eine 6-jährige Stute mit 54 Kilo Kurzform 57340 das Pferd Pferd hat bisher 41 Starts, 3 Siege und 13 Plätze Pferd Nummer 8 Vorigast 60 eine 4-jährige Stute mit 54 Kilo Kurzform 55403 Das Pferd hat 16 Starts, 1 Siege und 3 Plätze Pferd Nummer 9 Vorigast 94 ein 6-jähriger Wallach mit 54 Kilo Kurzform 70765 Das Pferd hat bisher 45 Starts, 3 Siege und 9 Plätze Pferd Nummer 10 Vorigast 310 ein 7-jähriger Wallach mit 54 Kilo Kurzform 25300 Das Vierter bisher 49 Starts, 5 Siege und 10 Plätze Ich versuche jetzt erstmal mit Hilfe der Quantenmechanik auszurechnen welche Pferde ich wetten sollte, die die besten Siegchancen haben Ich wette Pferd 2 Pferd 3 Pferd 7 Das Rennen startet und Pferd Nummer 3 gewinnt und ich bekomme eine Siegquote von 181, also dem 18,1-fachem